und damit herzlich willkommen zu runde 3 nach meinem grandiosen sieg mit jinx gegen jinx am anfang dem kleinen problem in der letzten runde starten wir jetzt die tank vs tank runde ich muss dich irgendwie runter reden weiß ich muss ja gut rüberkommen wir starten jetzt die tank versus tank runde und zwar spiel mir war gegen schoggert ja mal schauen wie das jetzt endet natürlich nicht unsere standard item sind hier weder ich noch eher also wenn ich tipp abgeben dürfte ich würde jetzt sagen dass du mit war gegen mich hier sehr gut abschneiden muss meinster gut das heißt ich werde hier jetzt erst mal umdenken ja ich auch gerade ich habe auch irgendwie was hoffe ich mir jetzt so ein großer ist erst von mir ist da was ich so nutzen kann allerdings wird zum endgame hin das ganze etwas komplizierter bei mir sind noch 1 2 3 4 5 6 7 8 items und ich habe noch eins was ich hier auf der map immer anstatt der stelle von blut so ist beim packen buchvotor ich kann hier so er wie gesagt steckt die lustig gerade g-plus zu schockst wo man sehen ich höre gerade so klein ist irgendwie total unnormal der sieht gerade putzig aus finde ich so warte jetzt kann man gucken meine pink ist gerade bei 270 jetzt geht es nicht lang runter 114 oder 7 96 83 71 woran diese pinge einbrüche liegen kann ich euch leider sagen wenn du das macht dann mache ich auch den jetzt was mich gerade angebrannt ich überzeihe wie viel das bringt bei mir und habe ich mein leben wieder ich kann mich eigentlich im anfangs-game damit viel weiter dass ich einfach mal ich brauche gar nicht richtig gegen dich kämpfen wollen wir kommen denn du so weit weg ist wieder bei 387 alles klar das ist bei der ich kann aber nicht wir müssen heute wollen wir zu ende bringen jetzt geht es wieder runter kann ich sagen woran es liegt aber irgendwo ran liegt welche grüte wird ich habe ich überlebt das nicht du bist so unmächtig stark oder auch nicht dankeschön ich habe das probleme zu stress zu stress ich so habt ihr nicht hier geklaut aber so schön der kommen kommt zu papa aber soll ich immer mal mein pink durchsagen kann es ruhig machen tja jetzt ist er wieder bei 78 ja alles unter 100 ist ja okay ja jetzt ist auch wieder flüssig gerade eben war er bei 187 oder sowas oder was ich vorhin gesagt hatte ich dann sehr gefährlich wollte ich nur sagen du bist ja ja es macht nur spaß hey damit fressen hier ich glaub's ja nicht hast du angst vor mir so ein bisschen doch ja also übelst als ich finde wenn du eddie sie bist und dann fängt schon an die rumzuknabbern ey das ist echt eklig dann knabbert ja nicht nur dann beißt ja und das ist echt unschön was der dann macht so schön ist das aha aha als eddie sie hast überhaupt keine chance gegen die meine assistenz hast ich habe so viel angst vor dir so viel oh mein gott du hast den bis schlecht genutzt ja nein mir war das zu heike ich dachte eigentlich dass ich damit kille aber das ist doch noch ein bisschen zu viel leben was hat denn heike damit zu tun jetzt nicht heike meine persönliche operatoren ok mein pink ist bei 428 jetzt geht es gerade wieder runter ich glaube schau mal schauen ob die jetzt immer noch so viel glück hast ich glaube da verliert nämlich gleich jemand sein kind du denkst du so du musst halt das drängelstuppen ohne ende und ich muss eigentlich gar nichts machen außer richtig na fand ich das gut Es ist Zeit zu jagen. Du darfst nicht vergessen, ich habe auch noch nicht wirklich eingekauft. Ich war noch nicht einmal weg. Das habe ich durchaus nicht vergessen. Das habe ich durchaus nicht vergessen. Da ist auch noch eine kleine Schuhe bei Lauf. Viel hast du immer noch nicht, gell? Zwei hast du. Das klingt ja nicht. Und schon habe ich wieder volles Leben. Das wird sich nicht... Wie gesagt, werden wir immer noch angenommen. Ich kann mir ja hier nicht kampflos ergeben. Ne, 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 ne. Hatte nicht. Das ist die Indoor-Tat. Eigentlich wirst du immer ein bisschen gefährlich, wenn du ein 3-Feed mittlerweile schon geleben hast. Ein 7, das ist schon immer fertig. Flickstar. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Das war schlecht. Oh. Ich habe hier ein sehr bekanntes Problem mit Warwick. Mana-Mangel. Some people call it Mana-Mangel. Ich kann nicht mehr schreien. Ich kann nicht mehr schreien. Aber es tut doch weh. Keiner mag mich. Jetzt echt mal. Es macht nur Spaß. Oh, nein. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr oft schreien. Ich bin sehr alt und schreien. Ich bin sehr alt. Ich bin da fast gegangen, dass du gleich auf mich losstürmst, deswegen. Ja. So, bist du mal 4 Feet? Und keinem Heal? Du hast 4 Feet und keinem Heal. Wer sagt denn, dass ich einen nie möchte? Neeeeee. Oh, ist Luke geheilt? Auch geil. Er verdient Minions. Vorrück, der Freund der Minions. tja das war wohl nichts so langsam geht wieder ist mittlerweile um die 200 wird es ansteigt entspannen meine freunde wir sind echt voll im gleichstand waren du machst eigentlich müsste ich mal sterben was von der schaden als ich aber darf nie so was ich mal mehr schade aber du hast ja mehr stanz als ich und wenn man das aber ist halt wenn du ganz stirbt verlierst du auch die hälfte an der feeds ne echter nachteil auf der map ja gut das mit dem viel interessiert mich nicht so wirklich das problem ist nur ich müsste eigentlich mal zurück weil ich habe bald 5000 du warst schon einkaufen für 2000 und ich glaube ich habe auch noch mal 3000 mit das problem ist halt je länger ich das mit dem einkaufen als auszüge desto stärker wird sollte werden beide stärker ich werde mich dann nicht zu wissen du willst mich doch gleich weiß ich weiß es doch war doch klar so klar dass du mich bei es willst natürlich will ich dich beißt du magst doch vorweg gleich dachte jetzt leckeres vorweg natürlich natürlich